Der Leibniz-Ring ist eine Auszeichnung für Persönlichkeiten, die durch besondere Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Jetzt ist der Leibniz-Ring an den renommierten hannoverschen Gehirnchirurgen Majid Sami verliehen worden. Hannovers neuer Oberbürgermeister Stefan Schostock hat den Preisträger jetzt im Rathaus empfangen. Wir waren für Sie mit dabei. Dienstagabend hat Neurochirurg Professor Majid Sami vom Presse Club Hannover den renommierten Leibniz-Ring verliehen bekommen. Einmal jährlich werden Persönlichkeiten oder Institutionen für herausragende Leistungen geehrt. Samiis Projekt Afrika 100 treibt die Ausbildung von Neurochirurgen in Afrika voran. Die Idee 100 Paten geben jeweils 60.000 Euro für die Ausbildung afrikanischer Nachwuchschirurgen aus. Dass er für dieses Projekt ausgezeichnet wurde, stärkt Sami bei seiner Arbeit. Die Jury mit einer solchen Wahl ein Signal schickt in die Öffentlichkeit, dass wir uns jetzt viel mehr als früher um Afrika kümmern müssen. Auf dem Gebiet der Neurochirurgie ist die Stadt Hannover dank Sami ein Vorreiter auf der Welt. Der im Iran geborene Neurochirurg leitet seit 2003 die von ihm gegründete INI, eine Forschungseinrichtung und Fachklinik für Neurochirurgie. Jetzt wurde Samii auch noch mit dem Leibniz-Ring ausgezeichnet. Für den Oberbürgermeister Stefan Schostock ein guter Grund, den Neurochirurgen im Rathaus zu begrüßen. Herr Professor, Samii ist ja weltberühmt, weltbekannt für Hirnforschung und auch für Hirnoperationen. Und insofern geht auch ein bisschen von seinem Ruhm dann auf Hannover über. Samii hat eine ganz enge Verbindung zu Hannover. Für den Neurochirurgen ist die Auszeichnung mit dem Leibniz-Ring deswegen eine ganz besondere Ehrung. Für mich persönlich ist es deshalb von großer Bedeutung, weil das zum ersten Mal einem verliehen wird, das aus Hannover ist und aus dieser Region ist. Und das bedeutet natürlich viel mehr, als wenn man Preise im Ausland bekommt. Die Verbindung Samii und Hannover, sie ergänzt sich prima. Passend dazu, überreicht von Stefan Schostock hat Samii jetzt auch Manschetten mit dem Emblem der Stadt.